Ja, so geht's. Scheiße. Ja, irgendwas müssen wir da machen. Also die Solar Panels taugen keinen Schuss Pulver. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal ein Fly-By-By-Moon. Wir haben ja die Moonraker. Ich habe die irgendwann nochmal ein bisschen erweitert. Hier Moonraker Mark 2. Wir starten das Ding einfach mal und schauen mal, wie weit wir kommen. Wir müssen in den Orbit um den Moon. Und wir müssen von dort aus Daten übertragen können nach KSC. Wir gucken mal, was passiert. Zündung in 3, 2, 1 und go. Alles andere wäre jetzt einfach Bullshit. Das Interior ist hier, man sieht ja, ein Magnetometer an Bord. Ich weiß gar nicht, das haben wir aber, glaube ich, schon mal. Das müssten wir zusammengebaut haben, das Ding. So. Ja, also das Problem ist mit den Satelliten. Dass 65 Kilometer Höhe dem Ding so viel Schaden zufügen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber das Problem ist, ich sehe auch irgendwie keinen Sinn darin, unnötig Energie da reinzustecken, wenn wir noch keine vernünftige Energieversorgung haben. In der Tat würde es Sinn machen, auf bemannt zu setzen am Anfang. Oder halt, ja, wir müssten halt mit der Alkaline Fuel Cell mal gucken, wie viel Strom die, oder wie viel, wie der Ressourcenverbrauch ist. Dann bauen wir mal was auf Basis der Alkaline Fuel Cell. Denn, ja, für jedes Solar Panel kannst du ja noch einen Treibstofftank dafür mitnehmen. Mit einer der beiden Komponenten Wasserstoff und Sauerstoff. Und, ja, damit sollte es ohne Probleme möglich sein, auch längere Reisen. Ich weiß nicht, wie die getaktet ist. Ob die sich selbst abschaltet, wenn kein Strom gebraucht wird. Und sich dann selbst zuschaltet, erst wenn die Batterien wirklich, ja, wir können ja ruhig eine ganze Zeit auf Batterie-Power fahren. Dann laden wir die Batterien wieder, dann fahren wir wieder auf Batterie-Power und das machen wir halt immer so im Wechsel. Gut, hier sieht es auf jeden Fall deutlich besser aus. Wir müssen nur hier die beiden Stages tauschen. Und die Lower Stage ist gleich ausgebrannt. Wir sind ein bisschen langsam. Wir sind ein bisschen langsam. Und warum sie das tut, ich kann es nicht sagen. Dann fliegen wir halt manuell. Ich habe mal auf den Kill-Button gedrückt, aber auch dann macht er nur Scheiße. Boah, das ist echt... Also ich bin dafür, dass wir gleich nochmal bemannt versuchen. Momentan, das sind diese Hänger, die ich im Hard-Mode meine. Wenn du nicht genügend Forschungspunkte für Technologien hast, aber eigentlich schon weiterkommen musst. Der ist nicht in der Lage, das Ding auszurichten. Guck dir das doch mal an, das ist doch für die Eier. Gut, ähm... Wir bauen was Bemanntes. Komm, das hat keinen Wert. Wir sollen zum Moon und da einen Flyby machen. Das ist die Kapsel, mit der wir arbeiten. Wir werden nicht viele Experimente mitnehmen. Ne, da habe ich keinen Bock mehr. Wenn das so scheiße dauernd ist. Parachutes, hier. Ähm... Mark-16 Parachutes setzen wir drauf. Wir brauchen... Live-Support. Einen ganzen Kanister. Die waren bei Utility, meine ich. Und zwar eher hier. Live-Support-Supplies. Klick. Das reicht für ein Jahr. Wir werden aber nur einen Monat unterwegs sein. Haben wir den auch noch in Small. Live-Support-Water-Small. Live-Support-Container-Small. Ich weiß, wir hatten mal das Problem. Dann ist der Fallschirm mit dem Live-Support-Container abgerissen. Und die Kapsel am Boden zerschellt. Dann nehmen wir den großen. Auch wenn es Bullshit ist. Wir nehmen den großen mit. Das ist ja auch ein Teil wie jedes andere. Was wiegt der? Der wiegt 323 Kilo. Und der kleine wiegt... 52 Kilo. Das ist schon ein Unterschied, wenn du das zum Mond schleppen musst. Wir versuchen es einfach mal mit dem kleinen Container. Wie gesagt... Wie gesagt, ähm... So. Na, dann haben wir nämlich hier zum einen... ...nochmal 250 Kilo Gewicht gespart, die wir nicht wirklich brauchen. Und... ...wir können zum Wiedereintritt... Naja, wobei... ...wir müssen noch den Quad-Koppler da unten drauf packen. Ähm... Electric Charge 300, ja. So, dann wollen wir hier ein paar Experimente mitnehmen zum Moon. Auf jeden Fall. Da wir hier die Möglichkeit haben, wieder zurückzufliegen, sollten wir auf jeden Fall ein Mystery Goo... ...am Moon machen. Und wir sollten ein, ähm... Science Junior am Moon machen. So, dann haben wir noch den, ähm... Orbital Telescope. Den haben wir eigentlich am Moon schon gemacht. Würde sich jetzt hier empfehlen, ein, ähm... ...ein oder zwei Science Bays einzubauen. Dann können wir in den Science Bay, nämlich, äh, ein Magnetometer Boom zum einen reinsetzen. In den einen, wo ist der? Hier. So. Und in den anderen Science Bay, da stecken wir die, ähm... Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gegeigert. Zum Geigern stecken wir rein. Thermometer stecken wir rein. Und, ähm... Hier das Ding stecken wir auch noch rein. So, dann haben wir das da so ein bisschen drin. Baydoors schließen wir. Sieht gut aus. Hier, das steht halt ein bisschen raus. Das bitte ich einfach zu entschuldigen. So, dann haben wir noch die APWS Antenna. Die ist nicht billig. Oder stecken wir die da rein? Wie machten die sich auf? Ach, du, ahnst es nicht. Ja, die tun wir dann auf jeden Fall hier hin. Da können wir nämlich einmal, ähm, aus dem Low-Curban-Orbit und einmal aus dem High-Curban-Orbit noch APWS-Daten sammeln, was auch immer die machen. Also, es ist ja Radio-Plasma-Wave-Signal-Gedönse hier. So, damit wir weiterkommen. Ähm, das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir eine... einen Info-Drive brauchen. Ne, das ist nur für Beschreibung. Es gab mal so ein Ding, wo man Daten drin speichern konnte. So ein Schreiber. Ähm, das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall eine Antenne mitnehmen. Die DTS-M1 wird es sein. Die wir an der Upper-Stage befestigen. So, ähm... Hier muss auf jeden Fall jetzt ein Decoupler rein. Und vorher noch der... Heat-Shield. Haben wir da zwei? Ne. Kleinen und großen. So, dann so und so. Okay. Ja. Ähm... Was ist mit dem Decoupler? 250 Kilo und der hat 50 Kilo. So. Gut, die Upper-Stage liefert uns 2373 Meter pro Sekunde. Wir brauchen zum Moon und zurück etwa 800 Meter pro Sekunde. Ähm... Also nur zum Moon zu fliegen brauchen wir 800. Dann müssen wir noch in den Orbit einschwenken. Ähm... Brauchen wir noch ein bisschen was. Also die Upper-Stage, die wollen wir wirklich nur für Transfer und Rückkehr nutzen. Ähm... So. Das bedeutet, wir brauchen jetzt hier noch ein bisschen Lower-Stage. Wir dürfen über die 18 Tonnen nicht drüber. Und über die maximale Teileranzahl nicht drüber. So. Das da in Verbindung mit eben jenem Maverick-Triebwerk sollte. Bauhöhlen bereinigt, Gewicht bereinigt, alles passen. Langt nicht. Oder wenn, wird es sehr knapp. Wir wollen gucken, ob wir noch ein bisschen... Irgendwie 500 Kilo müssen wir noch unterbringen. Die Maverick hat gerade genug Bums. Wenn wir auf ein anderer Engine wechseln. Die Wildcat hat 204 in der Atmosphäre. Und die hat 326. Die wiegt 1,5. Die wiegt 2. Das hätte mal eine halbe Tonne Gewicht gespart. Und hätten immer noch genügend Schub, um das Ding zum... Abheben zu bringen. Könnten jetzt noch ein... Noch eine Tonne... Irgendwie an... Treibstoff... Sonst sollten wir den Treibstoff aber in die Upper Stage packen. So, dann kämen wir auf 5.259 Meter pro Sekunde. Sind aber 127 Kilo zu schwer. Wenn wir statt dem den FLT100 nehmen, dann müssten wir genau innerhalb der Spezifikation sein. Sehr schön. So, dann schauen wir mal auf 5.100 Meter pro Sekunde. Haben Antenne, haben Strom. Alles ist da. Ähm... Parachute missing. Der ist doch hier. Command-Pot. Crew has assigned... Äh... But no parachute attached. Electric charge with generated but not used. Das ist okay. Storage lacking. Okay. Unused Monopropellant resource. Stimmt. Die können wir wegtun. Und check life support. Ähm... Check life support. So, wir kommen 35 Tage damit aus. Sollte für einen Flug zum Moon und zurück ausreichend sein. Wir versuchen es einfach mal. Mooncraft Mark 1. Wir schauen mal, was passiert. Stellen das Ding mal aufs Launchpad. Halt. Zwei Dinge haben wir falsch gemacht. Zum einen ist hier der Flight-Computer an. Wir gehen gerade nochmal reverten. Denn, ähm... Wir haben noch die Launch Stability Enhancer. Und die versorgen uns mit Wasser, Strom und allem, was wir brauchen. Und wir haben noch Bauteile frei. Das heißt, wir können uns das diesmal wirklich erlauben. Das Ding an den Launch... Ähm... An die Launch Clamp hier zu packen. Dann können wir hier nämlich auch noch... Oh? Der Launch Stability Enhancer kann auch Treibstoff versorgen. Das heißt, wir könnten beim Start vorbrennen. Und dann, ähm... Aber das geht, glaube ich, nur mit diesem einen... Mit dieser einen Mod. Release Clamp, genau. Und er hat einen Omni-Range von 5 Kilometern. Ähm... So... Der Moon steht ziemlich günstig. Wir müssen ein bisschen in die Zukunft fahren. Aber nicht lange. Einen halben Tag so. Gut. Und damit geht es los am frühen Abend. Jabbediah Körben, der erste Körbel, der je zum Mond fliegt. Es tut mir leid für Valentina. Die muss ich noch ein bisschen erholen. Von ihrem letzten Ausflug. Und wir zünden in 3, 2, 1 und go! So, achso. Wir haben SOS zur Verfügung. Das heißt, wir können jetzt wirklich hier... Ordnungsgemäß starten. So. Der Moon geht dann irgendwann da hinten auf. Im Cockpit selbst sieht's düster aus. So. Experimente, die wir jetzt noch ausführen müssten, haben wir keine. Korrigieren die Fluglage ein bisschen. Jab ist voller guter Dinge. Ich hatte noch überlegt, Faser zu installieren. Die Faser-Mod. Die hatte ich schon mal drauf, aber ich fand die Faser-Mod... Ah, sie ist so... Ich weiß es nicht. Sie hat zwar diese geilen Gemini-Kapseln, wo man auch zu zweit drin sitzen kann, aber teilweise sind die Parts so dermaßen overpowered. Ich erinnere nur an den OB-Tampon. Ja, diesen Probe-Core, den man direkt am Anfang bekommt, der groß ist wie ein... Ja, wie der namensgebende OB-Tampon in groß sieht der aus. Also, was weiß ich, äh... Und das Ding ist nur so ein Stäbchen. Das ist, ähm... Kleiner als die Communotron-Antenne. Als die, ähm... Communotron 16 eingefahren. Wohlgemerkt, ähm... Und liefert, ja, hat Funk integriert, kann, ähm... Irgendwelche, also zum einen Telemetriedaten absetzen, zum anderen kann er noch irgendwas messen. Ähm... Hat ein Reaction-Wheel nicht integriert. Das ist das Einzige, was dem Ding wirklich fehlt. Verbraucht fast keinen Strom. Es ist... Ja, das ist mehr so Near-Future-Technologie. Das Ding ist im Endeffekt ein bisschen größer als ein Handy und, ähm... Kommt als erstes, wird es freigeschaltet. So, wir führen den Gravity-Turn lehrbuchgemäß aus. So, 45-Grad-Winkel da hinten. Müsste jetzt aber wirklich langsam der Moon aufgehen. Und sonst schädimmt was nicht. So, perfekt. Vom Dings her sind wir gut ausgebrannt. So, da hat's den Tank zerrissen beim Decoupling. Wir müssen noch ein bisschen anschieben. Wie sieht's hier von unserer Höhe aus? 73. Das heißt, wir gleiten jetzt erst mal. Wollen den Treibstoff nicht verschwenden. Stellen uns auf Prograde. Oder auf Ding hier. So, 56 Kilometer. Wir wollen hier die Effizienz des Triebwerks nicht schmälern. Dadurch, dass wir das irgendwie in der Atmosphäre, ähm, brennen oder so. Das, äh, wollen wir nicht machen. Ähm. So, wir können einen Direct-Transfer durchführen. Da hinten müsste jetzt irgendwo auch der Moon aufgehen. Und so wie der Moon aufgeht, müssten wir die passende, ähm, müsste alles passen. Für den Transfer. Wenn ich mich nicht komplett vertan hab. Kann sein, dass wir ein bisschen früsen. Hier, geil, die Atmosphäre und Effekte hier unter uns schön. So. Und wir lassen laufen. Wir müssen jetzt richtig Schmackes geben. So. Ich geh auch so 5 Grad, äh, Pitch, geb ich drauf. Weil wir sonst, glaub ich, nicht, ähm, den nötigen Schub aufbauen, um ähm, vor Erreichen der Abrapsis, oder, beziehungsweise, bevor wir wieder in die Atmosphäre zurückfallen, die notwendige Geschwindigkeit haben. Ja, wir sehen hier, der Climb-Indicator geht schon runter. Jetzt sind wir bei 0. So. Jetzt fallen wir. Haben wir noch unter 100 Meter pro Sekunde. Ja, passt. Sieht sehr gut aus. So. Mit einem Pitch von 0. Ich seh den Moon aber nicht. Was ist da los? Sind wir doch schon... Kann sein, dass wir unseren Rendezvous ein bisschen... Dass ich mich ein bisschen verschätzt hab, mit dem Rendezvous-Punkt. Aber das sehen wir, wenn's soweit ist. Jetzt haben wir eh keinen Einfluss mehr drauf. So, wir sind bei 71 Kilometern. Haben jetzt gleich Orbital Velocity erreicht. Jetzt... Kamera schwenkt. Gehen nochmal ganz sanft in die Atmosphäre. Brennen allerdings direkt in einem Zug durch, bis zum Moon. Das, äh... Zumindest ein Flyby sollten wir hinkriegen. So, ja. 68 Kilometer werden wir also reinkommen. Irgendwo 68, 69 Kilometer. In die Atmosphäre. 68,5. So. Treibstoffreserven sehen. Also, treibstoffmäßig können wir es uns nicht erlauben, einen... Moon Orbit anzusteuern. Das funktioniert nicht mehr. Aber wir können zumindest ein Flyby durch. Wenn da hinten kommt der Moon... Es kann sein, dass wir sogar ein Free Return Trajectory kriegen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Treibstoff zum korrigieren. So, ähm... Jetzt hier oben angekommen, sollten wir allerdings die, ähm... APWS-Antenne benutzen. Um hier erstmal die ersten Daten aus dem Low-Curve-In-Orbit zu sammeln. Da sind sie. Die Daten, die speichern wir uns kurz zwischen... Ich schalte die Antenne wieder ab. Und, ähm... Wir brauchen die andere Antenne, die Funk-Antenne. Activate Mission-Control müsste... Not in line of sight. Nehmen wir den Comp-Sat-4. Der müsste uns eigentlich hier... Zur Verfügung stehen. Crew-Report. Gibt's nichts Neues. Also Mission-Control kriegen wir nicht... Äh, wir kriegen nichts rein. Gut, äh... Macht nichts. Wir können die Daten bei Zeiten übertragen. Gucken wir erstmal, dass wir hier aus dem... Aus dem Schatten rauskommen. So, wir gehen durch den Radiation Belt. Und wieder mal ist Jeb... Derjenige Körbel... Der am weitesten von zu Hause entfernt ist. So, wir fahren mal weiter. Ich hoffe, dass wir gleich mal die Möglichkeit bekommen... Irgendwie... Körbin und... Die beiden, ähm... Satelliten... Com-Sat-3 und 4... Irgendwie in der... Reichweite zu kriegen. Damit wir noch aus dem... Ja, die Daten aus dem Low-Orbit übertragen können... Bevor wir nochmal Daten aus dem High-Orbit sammeln. Müsste gleich... Mission-Control auftauchen. Das ist irgendwo... Hier hinten an der Kante. Da kommt's. Ja, und wenn die Satelliten das nächste Mal vorne sind... Passt's hoffentlich. Wir richten das ganze Ding auf Körbin aus. Der Planet wird sehr klein. Ähm... Vielleicht jetzt nochmal ein Crew-Report. Nee, Space High over Körbin. Das ist leider noch ziemlich binär. Das Ganze. So, und wir fliegen. So, hier kommen Com-Sat-3 und 4... Und wir sollten jetzt langsam aber sicher eine Funkverbindung aufbauen können. Wir aktivieren mal und... Wir müssen vielleicht noch ein bisschen warten. Jetzt haben wir gewartet, bis die Batterien fast leer sind. Sehr schön. Com-Sat-2 sollte eigentlich Kommunikation mit uns betreiben können wollen. Wir pingen das mal an. Nichts. Keine Chance. Genau das Problem hätten wir jetzt auch mit... Ähm... Mit den anderen Antennen. Äh, beziehungsweise mit einer unbemannten Probe. So, wir sind hier mit Com-Sat-3 und 4. Auf jeden Fall. Die sind da, ne? Die haben Strom. Hier ist irgendwas mit Radiation. Achso, wir haben keine... Wir haben kein Shielding, ne? Oder wir haben das Shielding schon verbraucht. Es kann sein, dass Jeb sich jetzt hier schön einen abholt. Verstrahlt. Und ich versuche jetzt einfach mal die Daten hier... Ähm... Zu senden. No Com-Sat-Device. Cannot transmit. Hallo. Ich spreche und niemand hört zu. Asis. Hm. Gut, wir fahren mal weiter.